Mirko, Adi, herzliche Gratulation. 2-0 Sieg, Weiss Russland, damit Erster im Pool. Ich denke, ein sehr wichtiges Spiel. Wie schwierig ist es nach so einer Takt-Pause da reinzugehen auf das neue Venue und das Spiel zu spielen? Ja, sehr schwierig. Neues Venue, sehr kaltes, ich glaube, man hat 14 Grad viel Wind. Ich glaube, wir haben das Beste uns gemacht, Stütz als Gruppensieger da und hoffen, dass es im Monat immer schöner Fenster ist. Adi, wie war es für dich? Weiss Russland schlägt ja davor Nikolai Lupo. Ein sehr aufschlagstarkes Team zum Teil auch. Wie ist es euch ergangen? Ja, wir haben gesehen, dass es relativ gut mit dem Insolvieren kam, es war sicherlich im Hinterkopf zu sehen. Ich denke, sie hatten auch ein 2-3 gutes Herbisierkrieg und haben uns extrem unter Druck gesetzt. Bei uns als Glück haben sie leider relativ viele Fehler gemacht. Ich wünsche sie auf der guten Seite und ich denke, das hat uns dann ja wieder etwas aufgeschafft, also für uns sicher mitgeholfen und ihre eigene Waffe für den Chef.